So, dann würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Oddworld Teil 2, Apes Exodus. Ich habe es jetzt bei Ebay gekauft, die CDs waren in einem sehr schlechten Zustand, da schneide ich jetzt dann gleich nochmal was raus und werde nochmal ein Fazit geben, weil ich es jetzt zum Polieren weggeschickt gehabt habe und heute ist es endlich wieder gekommen. Jetzt schauen wir da endlich mal rein. Im Prolog schauen wir uns jetzt mal schnell an, damit es so ein paar Hintergrundsachen vielleicht geklärt werden, worum es in dem Spiel geht. Im Mondlicht erscheint eine Narbenhand. Dieser Held wird befreien, das Mudakon-Land. Aus blaubleicher Haut wird sein Geist ohne Mühe. Unsere Knochen bewahren vor der tödlichen Brühe. Doch sollte er fallen vor Glakons Moloch, stürzt das Volk der Mudakons in ewiges Loch. Das ist Negrom. Vor sehr langer Zeit bestatteten die Mudakons hier ihre Toten. Das war viele Jahre bevor die Glakons unsere Knochen zu stehen begannen. Sie setzten nur Mudakons Gnaden dazu ein. Blinde, die nicht sahen, was sie taten. Denn die Glakons wollten nicht, dass irgendeiner erfährt, was sie dort ausgraben. Und es erfuhr auch niemand. Bis zu dem Tag, an dem ich von den Geistern dieser Knochen Besuch bekam. Das bin ich. Mein Name ist Abe. Ich war gerade nach Hause gekommen. Kurz zuvor hatte ich 99 Mudakons aus Rupture-Fans befreit. Und dann sind sie mir erschienen. Abe, Hayden auf der Wetterdebundagons. Du bist der Einzige, der uns helfen kann. Diese Mande von Glattons kriegt unsere Gebeine aus. Du musst unbedingt nach Necrum kommen. Schnell! Schnell! Wir mussten was unternehmen. Also machte ich mich mit einigen Mudakons auf die Suche nach Necrum. Unsere Reise fing gut an. Wir waren alle begeistert. Abe, du bist der Größte. So, tatsächlich. Aber gegen Mittag, da wurden wir immer müder. Beweg dich! Okay. Wie weit geht's noch? Gegen Nachmittag wurde es unerträglich. Diesen Schlamassel hast du uns eingebrockt. Uns reinkt! Kann ich nach Haus? Was ist das? Keine Ahnung. Wo kommt das hin? Wo kommt das hin? Hey, seht euch das an! Das ist ein Knochen. Ich denke, wir sind fast da. Also, dann, es kann losgehen! See ya! Ob wir hier erwünscht sind? Pass auf ey! Ey! Komm, ist ja kein Ruh. So, so beginnt unsere Reise. Das Problem ist, was da gibt es jetzt mehr. Da gibt es jetzt mehr Befehle und das ist das, was ich jetzt sag. Da geht es runter und genau da hat es nämlich nicht mehr funktioniert. Jetzt ist die CD neu repariert worden, jetzt schauen wir mal. Tatsächlich, es geht jetzt, es geht jetzt. Ja, das müssen wir jetzt halt dann wieder schön zusammenschneiden, ne? Ist ja geil, ob ich es jetzt überhaupt irgendwie hinkriege. Weil man die Sicherheit jetzt irgendwie nicht los wird, ne? Ja, da geht es. Ich wollte aber halt eigentlich alle mitblieben, ne? Mist, da bist du halt wieder der Sau, ne? ne? juhu 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 ja, wir się bym wezeć wieder pasaulnie Ich brauche aber halt glaube ich alle drei, ne? Das bringt halt so nix, ne? Na ja, guck, dann bringt das halt jetzt so wenigstens schon mal einigen. Hm, ja, das ist halt wie immer, ne? Nicht so hübsch. Na ja, dann schauen wir was das restliche Spiel ist halt einfach mal, ne? Auf jeden Fall das einzige was auf jeden Fall glaube ich mir ziemlich auf den Keks geht, wenn die halt ihre komischen Bunten sind wie Looten oder sowas. Wir haben ja jetzt doch irgendwie so komische Gefühle, was man da dann so sieht. Da, albern. L2 und X musst du schlagen, dann deprimiert, entschuldigen. Entschuldigen. Na ja, gut, das ist halt so, ne? Mach dir jetzt erst einmal, ups. So für'n Anfang nix. Äh, siehste, wenn man jetzt schon wieder nichts kann, ne? Es geht halt schon wieder sehr gut los. Kaum hat man seine CDs wieder, blickt man wieder gar nix mehr. Was ich auf jeden Fall sehr gut finde, ist dieses... Das ist Quicksale. Das ist immer sehr, sehr gut Quicksale. Wie soll's mit dem normalen Speichern jetzt immer noch gucken, ne? Nächstes muss ich den Baden verschulden. So, la la. Wenn wir die Sprüche im Hintergrund sind schon mal auf jeden Fall auch geil. Aber es gibt's halt Lachgas, ne? Wir müssen den halt einmal einhauen, ne? Na, warte mal. Um die zu beruhigen, müssen wir die schlagen, ne? Das musst du nicht lieben. Ja, wie war das an die Arbeit? Schloss damit! Schloss damit! Jol! 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 An die Arbeit! Na, jetzt halt noch. Hehehe. Ich bin halt immer noch sehr verwirrt, ne? Jetzt muss man doch auf einmal so viele neue Befehle einbauen, ne? Zack! Weiter geht's. Puh! Ein kleines Quicksale hier, du wirst noch froh sein. Ah, ich bin da jetzt schon. Oh, Quicksale. Das ist sehr cool. Ach ja, genau. Ja, genau. Wichtig. Hehehe. Also, heute ist echt nicht mein Dach, ne? Achtung, Dachgas. Können wir die wieder hauen, ne? Hauen wir. Hauen wir. Ah ja, jetzt müssen wir ein bisschen schleifen, ne? Boah, Alter, das ist ja immer wieder sehr, sehr frustrierend. Und ja, das spiel ich glaube, ich bin jetzt noch vollkommen am Rat. Was das überhaupt so lang wieder durchhält, ne? An die Arbeit! An die Arbeit! Uhuhuhu, gut. Komm hier! Wir alle! Ja, ja, ja! An die Arbeit! Dankeschön. So. Bis zum letzten Klo. So blinde hatte ich bisher noch nicht mehr. Wir alle! Joop! 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 Okay! 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 Hey! Schauen wir mal, ob wir noch ein paar mästigere Passagen dann noch auf Lager haben, ne? Ah ja, genau. Schattenzonen. Ah ja, genau. Jetzt geht's wieder los mit dem Schatten rumlaufen und so weiter. Quicksave, ne? Brauchst du gleich mal ein Pudeln? Wie ist denn? Da geht's jetzt nämlich schneller los. Ich weiß nicht, wie ich den da befreien soll, ne? ne, nicht mehr wir kann es bestehen. Da wird er, kackt Gas Für ihn kann ja irgendeine Pudeln nehmen. Joop. Joop! Ja, tut ihn, kann ihn sogar bestehen. Das ist doch schlei, ne? So, und jetzt schnell weg hier. Ah, genau, jetzt wollen wir hier mal schnell in Quicksil. Ja genau, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. Echt, ne, das ist schon, das wird ja mal so frustrierend. Was ich in dem ersten Spiel geflucht hab, ne. Die ganzen Outtakes, was ihr machen sollen könnt. Ja, so. Ah, das wird ja der Anfang. So, hier stehen. Ach, weißt du ja, hier stehen und ich steh ganz woanders. Das ist, das ist eine richtig gute Erfindung mit dem Quicksil. Das ist nicht ganz so frustrierend. So, hihi, hi. Sehr, sehr gut. Also im Moment läuft es ja schon mal Sagen und Wohm, ne. muss ich zugeben das wird ja auch ganz gut mit den neuen Teleport Dingen hört schon was Tudududududu ok das griffel mit ihr alle, das ist schon mal sehr gut das hat im ersten Projekt gefehlt da waren einige Stellen so schwierig die ich einfach nicht hinkrieg drücken da haben wir ja auf jeden Fall so eine 2 Mood Dawkins weil er gleich am Anfang in der Secret Passage nicht dabei ja ja ne ich weiß nicht wie ich den da befreien soll aber ist mir eigentlich auch egal ne das haben wir jetzt wieder hin gekriegt ne wenn man das Spiel einfach zu hackt gespielt das hat einfach noch kein Tau ne aber ich bin schon mal nicht gestorben so wie das letzte Mal wie ich das schon mal zu hart da fabriziert haben ne aber ich weiß halt immer nicht wann mit Rennen Schluss ist das ist immer das Schwierige soo Babys um die Brunnen zu springen blup also ich habe das letzte Mal schon mal bis zur ersten Cutscene gespielt bis dann halt die CD leider wieder unendliche Ladehemmungen hatte aber jetzt scheint es richtig gut zu funktionieren wo er noch schlägt ne ne ach ja genau der ist ja der ne tipp und tipp und eins nach oben so oh okay hab ich das Da soll man den Schlick vorbeischleifen. Da habe ich das letzte Mal so ewig lang, dass ich alle zum Arbeiten gedacht habe. Also jeder steht dann da, dann arbeiten hier 5 und irgendwie der Rest macht immer so nix. Ja man, huuuh. Das war schon mal bis zum ersten Teil. Er beginnt. Jetzt wird sie nicht sehr cool nix. Sehr sehr cool nix. Hui, endlich zu trinken! Oh, sei Dank! Trink bloß nicht! Wieso nicht? Weil, äh, diese Brühe brauen die Glackens. Sie ist wahrscheinlich nicht gesund für euch. Dummes Geschwätz! Du sagst es! Hör mal zu! Nur um dir einen Gefallen zu tun, haben wir das auf uns genommen. Aber... Also es ist doch verständlich, dass wir jetzt ein kleines bisschen durstig sind, oder? Ja, aber... Vielleicht ist es dir noch nicht aufgefallen. Aber wir sind durch eine Wüste gegangen. Also schieb ab, Stichläppchen! Aber... So... Ich wollte sie davon abhalten. Aber sie tranken die Brühe erst recht. Massen davon. Schließlich sahen alle sehr elend aus. Aber sie wollten immer noch mehr. Plötzlich verstand ich, was hier vor sich ging. Die Brühe wird aus unseren Knochen gebraut. Was soll ich machen? Es ist nicht zu glauben. Es ist nicht zu glauben. Was du jetzt tun sollst? Meine Empfehlung, du holst uns schleunigst hier raus! Gute Idee. Dann folge mir. Okay! Nee! Aber... Nups! Ich vergaß, was er blind ist. Helft mir, die anderen da rauszuholen. Ist ja kaum zu fassen. Ich hab ihn. Das kann nur Ed sein. Das bringt ein sattes Erfolgshonorar. Tja, und so geht die Geschichte wieder weiter. Tja, gucken wir uns ab demnächst ein bisschen mehr dazu an. Jetzt speichern wir das Ganze erstmal. Auf Mapcard speichern. Ah ja, genau. Da habe ich nämlich das letzte Mal... Das können wir löschen. Das war ja noch mit der alten kaputten CD. Muss ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!